Moin moin Leute was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft NukeVP slash miniGas.de. Ihr seid wiedererkannt, wenn ich einfach Bock drauf habe. Mal sehen wie dumm wir heute sind. Wir gucken einfach mal. Einfach mal wahllos Leute angreifen. Und verkackt. Nice. Sehr schön. So macht man das. Oh, 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 oh. So geht's nicht? Okay. Ja, wir sind einfach die Besten. Einfach mal gucken hier. Nice. Ja, das hätte ich auch eigentlich erwarten können. Hallo. Hacker. Scheiß Hacker. Mann. Das ist so schlecht. Nein, so geht's nicht. Ich hab noch keinen Kill heute gemacht. Kann das sein? Ich sollte vielleicht mal gegen Leute kämpfen. Nein. Scheiße. Mann, ich brauch mal ein besseres. Etwas besseres. Ja, ey, der trifft mich zu gut. Einfach schlecht. Checkt ihr das denn nicht? Oh, hast du mich von hinten angegriffen? Gar nicht gemerkt. Ja, wir haben einen einzigen Kill erst gemacht und sind schon ungefähr hundertmal geschoben. Oh. Wir hätten da noch einen Kill gemacht. Oh. Oh, 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 oh. Nein. die können auch treffen wie ich dich treffe irgendwie die leute nicht also ja ich weiß dass das ich kann auch einfach aber deswegen heißt das ja auch ja mann ich treffe die einfach überhaupt nicht ich habe das gefühl ich mache kein dämlich gut ich habe auch echt nicht so weit hier man wie soll mein holz erst gegen kohleder goldschwert ankommen ich doch gar nicht darf ich auch mal in die kampfzone ja goldschwert goldschwert scheiße ich dachte war auf k mann wow ich komme ja nicht mehr lebt in die kampfzone wieso spiele ich denn kein game überhaupt ich hasse einfach das war nur gesehen wo kann ich ein bisschen fahren oder wie jetzt habe ich schon ein schadnis 1 sehr gut jetzt geht es mal ab hier jetzt habe ich erst mal ein bisschen jetzt gehe ich ab ja ja klar mit fuldia ja wie los ist er bitte nein 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 ich bin auf level 4 immer noch also gerade hatte ich echt mal einen guten posten aber ich habe ein screenshot gemacht alles klar so bitte ja zu zweit auf mich einprügeln ist ja auch so hallo wie legt es gerade ich kann mir gar nicht mehr so ach jetzt okay so ich kann das wasser berühren so wo ist mir wieder ein bisschen hameln Wow, 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 wow. Genau so. Ich bin Level 8 gerade. WTF. Kommst du wieder? Sehr gut. So, macht doch Spaß. Das war ich gerade richtig schlecht. Haben die irgendwie noch ein Effektor drauf oder wie? Genau, jetzt will ich mal wieder auf meine Lieblingsstelle da hinkommen. Regenerieren wir mal etwas? Ne. Aha. Dann kommt mal wieder einer zu mir hier. Sehen die mich irgendwie nicht? Auck. Mann, jetzt ist mein Glück still vorbei. Come on. Nice. Oh, der ist ja mit Full Dia da. Oh man. Ja, den kann ich ja nicht ankommen. Das hat nichts mit keinem Skill zu tun. Das ist einfach nur mit dem... Das ist ja un... Unmöglich. Jetzt mach ich mein... Ich bin doch Level 1. Wie schnell gehen die denn runter, Alter? Ich bin so viel gestorben, Quatsch. Schon wieder. Level 0. Ich war gerade so gut. Jetzt meine Lieblingssträne vorbei. Ja, da sind wohl die ja Typen, da muss ich nicht hingehen. Und verkackt. Also, dass ich abstauben würde es hier, wo ich nichts habe. Gesehen, dass meine Full Light komplett einen Kill macht. Das ist hier mal irgendwo einer, den man vielleicht mal leicht klatschen kann. Um vielleicht ein paar Level höher zu kriegen. Schlechtes ist Equip. Ja. Hallo. Gegen die kann man nicht ankommen. Das geht gar nicht. Da läuft jetzt mal woanders hin. Aber... Äh... Okay. Nice. Ja, 2 gegen 1. Das ist so... Unmöglich. Das ist überhaupt noch ein Versuch. Mit der Holzwachs, da kann man nur mit Glück irgendwie mal Kills machen. Wenn man mal... Das ist die Erzeugung. Ja, hier Goldschwerte. Das macht der. Guck mal. Ich mach dem kein Damage. Der macht mir so... Einfach fast One-Hit hier. Gegen die kann man nicht ankommen. Äh... Dann treffen die auch noch besser als ich hier will wie. Ach, warte mal. Vielleicht mal so. Kann so sein. Dann ist der Kill ausgezaubert und dann bin ich gestorben. Äh... Okay... Okay... So... Ich bin hier... Dingszone hier. Ja. Eisenrüstung, Alter. Wie ist das? Wie sind die? Dann bitte, wieso bist du gerade nicht gesprungen? Das kann mir, glaube ich, keiner erklären. Oh, wieso bist du gerade nicht gesprungen? Ich glaube, man hat da gerade was gehört. Bei der Tür oder so. Wie, dass der Tür wieder angeht ist. Äh... Ja. Das war... Das ist... Nein. Lauter. Äh... Okay, da hilft echt nur Spam und hofft, dass man irgendwas trifft. Was ist das für ein Scheiß? Knockback, ey. Fail. Äh, rett. Oh, Server ist nur geschehen. Loll. Äh, gehen wir mal hier hin. So, machen wir jetzt auch noch. Äh, das war so dumm. So. So geht's nicht. Äh, okay. Ähm. Okay. Ähm. Ich hab alle. Wer kann das überhaupt schaffen? Also ich frag mich, wie die die hohen Level machen. So. Kann die morgens ran und... Wenn der ja nicht aufge... Guck mal. Goldachs. Hallo. Das ist doch... Wenn du mich jetzt von hinten mit... Na... Na... Gold... Wo ist die... Ja, ja. Ich hab nicht gesehen. Die, die hier viele Kills machen, das sind die mit super Equip. Habe ich hier überhaupt schon einen Kill gemacht oder so? Ich weiß es nicht. Ja. So. Mal ein bisschen verstecken und dann vielleicht mal abstauben. Das war nur einer. Ein guter Equip da. Ähm. Oh. Ja, ein Kill. Das bin ich auch sehr gestaubt gerade. Hm. Das ist überhaupt Versuche. So. Glaub ich mich mit einem Kill wieder... Au. Geil gefühlt. Hätte ich mir ein bisschen gescheiße. Ähm. Hier. So. So macht man es nicht. So macht man es nicht. Oh, lol. Das hat jetzt Kill gezählt. Nice. Ja. Oh. Da haben wir es wieder verspielt. So. Na komm. Trau dich. Trau dich. Komm. Ich kletter da nicht hoch. Ich weiß ganz genau, dass du mich da runter kickst. Geht doch. So. jetzt steh ich um. Oh. 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 Ja! Wieso? Geil. Nein. Wow. Ja, klar. So. Minute haben wir noch. Irgendwas muss ich jetzt in der Minute noch reißen. Am besten so ein Level 500, wenn es das nicht gibt. Geht das überhaupt? Ich glaube nicht. So Level 40 oder so, weil wir jetzt in einer Minute schaffen, war klar, oder? It's clear. Das wird er schaffen. Hier schon mal keiner. Sind Level 1. Haben nichts geschissen gekriegt, mal wieder die Folge. Das ist eigentlich doch eine gute Gun Game Folge. So, den Durchgang, ganz kurz mal Glücksträhne gehabt. Boah, so ein zweier Team. Jetzt sind wir leider nicht nur hier. Da, wo wir angefangen haben. Ich würde sagen, das war's jetzt hier für die Folge. Wir haben zwei, so machen wir das. 102 Kills haben wir schon. Nice. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wir haben das zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi view GBP